so und da bin ich auch schon wieder hallo leute und herzlich willkommen beim weiteren let's build auf meinem kanal heute mit dem nachdem wir diesen geheimgang hier gebaut haben in diesen kleinen tempel hier tempel der anmut dem ich im block play nummer 4 gebaut habe zeige ich euch jetzt wie man hier einen coolen ausweg wieder baut den man leider immer wieder resetten muss aber den ich doch recht cool finde und zwar fangen wir dazu an wir brauchen fackeln und normalen sand da der abrutschen kann der sand und ich habe hier so einen kleinen weg gebaut wie man hier sehen kann und habe hier unten die erste fackel angebracht so und jetzt tun wir einfach immer eine fackel wieder an diesen an den sand anbringen bauen das ganze so hoch und machen das dann hier noch mal genau und hier dran und was machen wir hier oben hier machen wir nichts genau jetzt gucken wir mal schnell uns das von oben an bis dahin würde es dann sozusagen gehen wir könnten das ganze jetzt noch ein bisschen verschönern indem wir das hier so ein bisschen hoch zuschütten noch mit sand hier oben drauf damit das auch nicht mehr so auffällig wirkt dann sieht das so aus als ob hier der sand eh schon relativ hoch auf dem ganzen gebäude liegen würde hier könnte man noch so ein stein hin machen und einfach hier so ein bisschen rum spielen dann müssten wir hier aber noch eine fackel hin machen und noch mal einen sand so und ich schütte das jetzt noch ein bisschen hier zu hier ist mein eingang zur höhle ach ich kann ja eigentlich kann ich das nee ich lasse jetzt noch mal so den habe ich mir jetzt nur gemacht damit ich wieder rauskommen ich zeige euch noch mal wie das ganze dann ausschauen könnte ihr kommt hier auf eure auf eure geheimhöhle zu mit dem kleinen wasserfall den ich hier neben dran noch gebaut habe beobachtet nackte schafe und hühner denkt euch okay ich muss an meine diamanten guckt euch erstmal um natürlich dass euch keiner sieht dann seid ihr hier drinnen könnt ihr in eure kiste gehen könnt ihr bauen aus euren geheimöfen den stone rausholen oder was auch immer und hier ist theoretisch zu so und wenn ihr jetzt hier raus wollt ihr seht hier wie das jetzt aufgebaut ist müsst ihr nichts anderes tun als hier unten die eine torch wegschlagen und dann baut sich sozusagen dieser weg hier nach außen auf ist der geheimausgang für euren für euren geheimtempel oder so wenn ihr natürlich ganz schlau seid bau dir das ganze irgendwo in einen berg rein oder irgendwo in die wüste und verdeckt danach alles noch mal mit sand so dass das nicht so aus wie das auf der sandstone gebaut worden ist sondern als ob das wie eine natürliche formation in der landschaft ausschaut und man nicht vermutet dass hinter dem geheimen tempel eingang sich noch ein raum verbirgt natürlich kennen die meisten den trick mit dem minecart und so kennen ja die meisten schon aber ich denke mal für leute die das noch nicht gekannt haben ist das eine relativ coole erfinden also relativ coole erfindung für die leute die schon gekannt haben die haben jetzt vielleicht mit dem zweiten mit diesem ausgang hier was tolles für sich entdeckt und das ganze lässt sich auch relativ relativ leicht resetten sage ich mal ist halt ein cooler effekt auf dem server um es mal ein kumpel vorzuführen wenn man sagt hier pass auf das und das ne so das darf natürlich nicht passieren einfach hier die fackeln hin immer oben drauf und dann hier in die fackel einmal springen zu machen so stimmt bisschen blöd sollte man sich vielleicht noch einen zweiten geheimen ausgang überlegen wenn man das resetten will meiner ist jetzt der hier natürlich entstandener ausgang um dann hier oben das ganze wieder richtig zuzuschütten so und dann sieht man hier von hier oben sieht man nichts dass da ein ausgang ist wir gehen jetzt noch mal rein natürlich durch den geheimeingang und ich zeige euch was da passiert das fällt so runter und ihr könnt hier raus klettern aus eurem geheimtempel damit bin ich jetzt hier raus ich wünsche euch viel spaß mit den beiden neuen let's build auf dem kanal wie gesagt ich habe ja wahrscheinlich immer noch kein internet beziehungsweise ich habe jetzt zeit diese aufnahmen kein internet wenn ich es irgendwo schaffe hochzuladen in der schule oder bei einem kumpel dann werde ich die videos hochladen aber es kann definitiv erst sein dass ich am ersten sechsten wieder internet habe damit bin ich jetzt hier raus ich wünsche euch viel spaß mit dem neuen let's build und ja das war's ne ciao das war's ne